Merz Gruppe ist stetig in Rückbauarbeiten, Ausbauarbeiten, Baulogistik und Baustoffproduktionen. Ich heisse Janine Meier und bin die Leiterin des Werkhofs der Firma Merz. Ich habe eine Gesamtleitung über den Werkhof und bin zuständig und verantwortlich dafür, dass wir wissen, welche Maschinen, Anbaugeräte, die auf der Baustellung sind. Wir haben entschieden, dass wir einen Tracker für die Firma brauchen. Wir hatten organisatorisch ein Durcheinander, wo sich welche Anbaugeräte befinden. Das war sehr unvorteilhaft, wenn wir planen und weiter organisieren mussten. Seit wir Tracker im Einsatz haben, können wir viel effizienter arbeiten. Wir sparen sehr viel Zeit und die ganze Organisation betreffend Transport von Anbaugeräten und Maschinen, die getrackt sind, ist viel einfacher. Wir haben ungefähr 80 Tracker im Einsatz. Wir haben unsere Anbaugeräte für die Packer und auch Verdichtungsgeräte für auf der Baustelle getrackt. Wenn wir wissen, wo die Anbaugeräte sind, können wir im System ein Tracking-Signal senden. Dann kommen wir in der kürzesten Zeit Bescheid rüber und sehen sie auf einer Karte, wo das ist. Wir haben einen Automatismus eingestellt. Wir bekommen das Signal zweimal am Tag rüber. Am Morgen am 6 Uhr, dann sieht jeder zum Baubeginn, wo ist was. Und nach dem Mittag kommen wir auch nochmals ein Signal rüber, dass wir sehen, ob es aktuell ist, dass sie noch auf dieser Baustelle sind. Die Akkulaufzeit der Tracker ist trotz der Witterung, die sie ausgesetzt sind, lang. Ein halbes Jahr hält sie sicher und wenn ein Trackerstand niedrig ist, wird sie automatisch benachrichtigt. Wir können die Tracker mit einer Powerbank und einem Kabel aufladen und ich bin positiv überrascht, wie sie wetterbeständig sind. Und auch sehr überrascht, wie robust sie im Einsatz sind. Der Vorteil des neuen Systems ist, dass es keine unnötige Telefonate mehr braucht. Wir können jederzeit nachschauen, wo sich welches Gerät auf der Baustelle befindet. Bei den ersten Tracker, die wir bekommen haben, war wirklich Schritt für Schritt jemand von Debrunner Aziver dabei und hat uns gezeigt, wie es funktioniert, hat es eingerichtet, sodass es einwandfrei gelaufen ist nachher. Den BWS Trackmaster von Debrunner Aziver empfehle ich weiter. Es ist eine gute Sache mit einer guten Dienstleistung. Debrunner Aziver Neu Room Vo irg In Goog